Willkommen zurück bei Seven Days to Die mit Ealdor. Hallihalüchen Leute. Was wollen wir heute anstellen? Mal sagen, wir gehen ein paar Häuser wieder unsicher machen. So wie fast immer, weil es einfach das Geilste am Spiel ist. Gelingt nach einer guten Idee. Und es ist auch gerade ein schönen Tag. Beste Tag. Und hier ist keine Tür. Beste Zeit zum Häuser unsicher machen. Ja, unser Haus ist generell von außen. Alter, das sieht einfach total... ...total demoliert. Jetzt weiß ich auch, warum die Zombies immer herkommen. Die klettern einfach da oben ins Loch immer rein. Habe ich Sachen an? Ja, okay, ich habe Sachen an. Aber trotzdem ist es irgendwie kalt. Aber mir ist gar nicht mal so kalt. So, in welchen Häusern waren wir jetzt noch nicht? Ich glaube, das ist da hinten. Das sieht ziemlich verlassen aus. Ja, wir waren schon in vielen Häusern. Deswegen weiß ich gerade gar nicht, in welchen wir noch nicht waren. Warte mal, wir hatten doch Wildbret. Stimmt, das war unser Ding. Aber ich habe gar keinen Hunger. Ich habe keinen Hunger. Wo sieht man nochmal die Stats? Ach, hier. Health, stamina, Nahrung, 1... Okay, ich habe zur Hälfte Hunger. Also 50 von 100. Ja, okay, dann braten wir das Wildbret und nehmen das einfach auf die Reise mit. Haben wir überhaupt ein Lagerfeuer? Ich weiß es nicht. Ich habe keins. Ich habe das Wildbret. Du machst das Lagerfeuer. So war die Abmachung. Lagerfeuer. Dafür braucht man 8 kleine Steine. Alles flach. Die würde es ja wohl noch zusammenkriegen. Geiles Lagerfeuer. Ich bin eine Etage zu weit nach oben gegangen. 16 Wildbret. Genau, da habe ich noch so viel Wildbret bekommen. Und deswegen... Hatten wir gesagt, wir braten das. Ich brauche Steine. Ich brauche mehr Steine. Warte, ich habe noch... Ich habe einen Stein, bitte. Da schmeißt er einfach einen Stein auf. Brauchst du immer noch Steine? Dann hat sich das ja mal überhaupt nicht gelohnt. Aber dann hättest du ganz ehrlich auch hier rausgehen können. Ich glaube, der Ausgang hier ist ein bisschen besser. Als jedes Mal da unten bei mir noch rauszukommen. Notfalls komm doch einfach her und hau auf so und steigen hier rauf. Alles gut, alles gut. Ach, ich fresse. Kannst du ruhig, kannst du ruhig. Ja, was habe ich denn da jetzt alles bekommen? Nitratpulver und Kohlebrocken, alles klar. Wolltest du gerade nur Nitritpulver sagen? Nitritpulver. Man kennt ihn. Gut, ich habe das Lagerfeuer. Das stelle ich einfach hier in die Küche. Wo ist denn unsere Küche überhaupt? Ach so. In meinem Zimmer. Und ich habe auch den besten Platz für das Lagerfeuer. Ja, das ist perfekt. Oh, wir brauchen einen Kochtopf und alles. Und Holz zum Anbrennen. Habe ich. Alles da. Alter, springst du bitte nicht aufs Lagerfeuer? Darum geht das nicht. Boah, vor allem, komm mal her. Komm mal her. Was denn? Ich, äh... Nee, das musst du dir ansehen mit eigenen Augen. Äh. Ich brauche, ich brauche... Gib mir das Wittrit. Du kriegst die Hälfte. Die andere Hälfte gehört mir. Alter! Lixer. So, also was war's? Sammel das auf und komm mit. Stell dich mal auf den Tisch. Und guck nach oben. Du kannst einfach von... Das ist so demoliert, dass du einfach von hier aus nach oben in den Dachboden gucken kannst. Hä, soll ich nicht mein Wildbret auch gleich da rein machen? Hau mal jetzt von Lagerfeuer ab. Sag mal, haust du jetzt wohl ab, Freundchen? Warte, es ist gleich fertig. Aber ich möchte meint hier auch noch rein machen. Hä, da kommt verkohltes Wildbret bei raus. Na, dann isst man das einfach trotzdem. Es ist halt ein bisschen schwarz, aber, ja, ist ja gesund. Dann kriegen wir halt Krebs. Meine Güte, so schlimm ist das auch nicht. Jetzt verpiss dich vom Lagerfeuer. Warum kann ich das nicht braten? Ich hab doch mehr als genug. Mann, ey. Oh. Ja gut, man muss erst ein Skill freischalten, damit man Gegrilltes machen kann. Ansonsten kriegt man nur verkohltes raus. Kann man verkohltes nicht einfach trotzdem essen? Das ist halt ein bisschen schwarz, aber stillt es nicht trotzdem. Ja, ja, kann man. Aber irgendwie hat es mir nicht wirklich viel gebracht. Ich hab jetzt Wildbret ein... Hä, ich kann das auch nur bei Brennstoff vor allem reinlegen. Ne, ne, du musst, äh, links an der Seite, da sind die ganzen Rezepte, da musst du dir verkohltes Wildbret raussuchen. Ach so. Ich hab's einfach... Das liegt jetzt bei mir einfach als Brennstoff da drin. Kann man machen? Ich hab auch noch verrottetes Fleisch für dich, falls du das gerne essen möchtest. Ne, danke. Also bei verkohltes Wildbret ist die Chance, äh, vergiftet zu werden, also eine Lebensmittelvergiftung zu kriegen, 0% und bei... Was hast du noch mal gerade gesagt, was du hast? Irgendein... Genau, verrottetes Fleisch, da ist, glaube ich, 100% die Chance, dass man vergiftet. Und da hab ich, ehrlich gesagt, nicht so Bock drauf. Ja, okay, das passt mal. Kann man Wildbret nicht auch einfach so essen? Okay, dann hat man aber echt eine Chance, dass man... dass man vergiftet wird. Herr, warum hab ich jetzt nur... Warum kann ich das jetzt nicht auch noch beraten? Okay, ist egal. Komm, wir gehen jetzt erstmal einfach raus. Mein Hunger dürfte ja jetzt erstmal zumindest ein bisschen gestillt sein. Wow, es hat einen einzigen Punkt in Nahrung gebracht. Ach, scheiß drauf, komm los. Alter, du bist ganz schön laut. Ja. Hey, sonst bin ich dir immer zu leise. Jetzt bin ich dir zu laut, kannst du dich mal entscheiden? Nee. Das hat doch schon fast ein bisschen weh. Ah, es wird Nacht. Was für eine perfekte Idee, jetzt rauszugehen. Und welches Haus ist jetzt nochmal das? Na, wo wir jetzt hingehen wollen. Was für ein Haus? Doch. Wir haben es noch keins ausgesucht. Wir hatten mal gesagt, dass da hinten ist so ein bisschen attraktiv. Wir können ja mal auf die Part. Wir haben einfach noch so wenig von dieser Map erkundet. Ja, das kann man so sagen. Wäre es nicht irgendwie sogar günstiger, wenn wir da hinten irgendwo hinziehen würden? Weil, ne, da ist weder Wüste noch Schnee wie oben. Wir sind schon einmal umgezogen in diesem Let's Play. Willst du wirklich nochmal umziehen? Ja, wir können uns ja ein eigenes Haus bauen. Das geht natürlich auch. Das können wir dann bei Zeiten auch gerne nochmal machen. Das könnte ich zwar auch. Langzeitprojekt. So, wie sieht es denn hier aus? Kann ich darüber? Nee. So sportlich bin ich noch nicht. Hier ist der Eingang. Also, wir brauchen uns nicht kaputthauen. Oh, hätte auch ein bisschen gedauert. Okay, das hier müssen wir doch kaputthauen. Boah, das ist ne riesige Fabrika drin. Wurde uns wahrscheinlich gleich ne richtige Horde erwarten. Und wir haben natürlich kein Timer angestellt. Wir machen in letzter Zeit einfach nur noch nachgefühlt. Okay, warte. Wir verschwenden nicht unsere Achse ran, sondern wir lassen die aufmachen. Oh, Vorsicht von draußen. Oh, Fettlack. Also, weißt du, die ganze Zeit sind keine Zombies da. Aber wenn man sie überhaupt nicht erwartet, dann kommen sie alle. Ich hab jetzt gerade erwartet, dass die kommen. Die kommen immer, wenn wir in irgendein fremdes Haus gehen. Ja, aber... Achso. Hä, echt? Wo denn? Oh, tatsächlich. Alter! Alter, wie hast du das denn gemacht? Hängt der bei dir auch mit dem Arm durch? Diesen kleinen... Alter, das sieht ja gar nicht mehr gesund aus. Fuck, ich auch, ich auch. Oh, oh, ich verblute. Der ist aggressiv, der Wichser. So schnell, ich sterbe. Wie hast du das gemacht? Wie ist der mit dem Arm komplett niedrig ist? Steckt es. Hi. Ich bin tot. Geil, jetzt kann ich dann sagen. Das mussten sie vielleicht noch nicht, aber ich bin tot. Nein. Kann ich wenigstens die Munition haben? Du Wichser. Nein. Alter, das ist eine riesige Feuerwehrstelle schon wieder hier. Wow, und jetzt habe ich wieder Hunger. Mann, ey. LOL. Die Begründung, dass wenn man neu einsteigt, komplett am Verhungern ist. Ich will Autoteile haben, gib her. Hä, ich bin am verdursten und am Verhungern gerade. Das kann gar nicht sein. Ich meine, jetzt eigentlich... Doch. Junge, red mir doch nicht ständig ins Wort. Ich habe einen Motor. Ich habe noch einen Motor. Ich brauche Hilfe. Du willst kämpfen, ja? LOL. Oh, Junge, jetzt habe ich... Fuck. So, was hatte der alles gehabt? Eine Flasche Wasser, die wird sofort konsumiert. Ein Heiztuch, das wird angezogen. Flinten, Muni, geil. Nur habe ich leider keine Flinte, oder? Das ist ja nur ein Jagdgewehr. Ja, ich habe keine Flinte. Oh, da kommen welche. Wo? Oh, da oben kommen welche, ja. Oh, fuck. Das ist jetzt ungünstig. Ich glaube, die war One-Shot. Alter, ist das bei dir auch gerade so dunkel geworden? Ich sehe nichts mehr, Alter. Auch nicht. Es ist Nacht geworden, Leute. Oh. Die graben sich da oben durchs Geländer. Reicht. Alter, ich sehe nichts. Da oben ist auch nur noch einer. Stell dann Gamma einfach in der Zeit mal hoch. Also, ich sehe noch ein bisschen was. Da hat jetzt nicht so viel gebracht, aber ein bisschen. Der stirbt halt. Oh nein, ich verblute. Okay. Okay, das ist alles vorbei. Sie ist gut, es ist vorbei. Hier sind noch ganz viele Frachtkisten. Die hätte ich gerne alle noch. Das könnten wir mal gebrauchen, falls man sich tatsächlich ein Auto machen und damit fahren kann. Oh, okay. Das war jetzt echt zu viel. Das habe ich da aufgesammelt. So ist das doch perfekt. Ja, und bevor du mir vorhin ins Wort gefallen bist, das war nämlich das, was ich sagen wollte. Ob man jetzt ein Auto fahren kann oder nicht. Also, bei mir ist überhaupt nichts angekommen von dem, was du sagen wolltest. Bei mir hast du gar nichts gesagt. Nein. Ja, das wollte ich vorhin sagen. Ich habe ja angefangen zu reden, da hast du gar noch gar nichts gesagt. Also, ich kann dir nicht ins Wort fallen, wenn du noch gar nicht angefangen hast zu reden. Ich falle die erste ins Wort, sobald du angefangen hast zu reden und ich dann was sage. Das kam bei mir aber nicht an. Ich habe nicht angefangen zu reden. Ich habe mir bei jetzt... Und da kommt einer. Äh... Echt nicht? Das ist nicht nur einer. Nein, das ist nicht nur einer. Ich bin Level 11. Ich möchte bitte es gehen. Wo kann ich es gehen, dass ich irgendwas kochen kann? Hä, wo ist das? Natürlichere Generation von Leben ist mir wichtiger. Nehme ich. Sind das Frachtkisten oder so? Ne, das ist nichts. Bürostuhl. Alles klar. Oh, ein Waffenschrank. Weißt du, was das heißt? Ja. Und der gehört diesmal wieder mir. Alles klar. Bei den letzten hat das du. Okay. Hilfst du mir? Hilfst du mir mal? Ich blute hier gerade noch die anderen Dinge. Oh. Ach du Scheiße. Oh, fuck. Viele. Äh. Oh. Oh, du heilige Scheiße. Wir sind so am Arsch. Ich verblute. Ich bin tot. Was? Hölle. Oh Mann, ey. Oh mein Gott, Hilfe. Ich konnte sie au... Scheiße. Ich konnte sie auftreten und konnte noch weglaufen, aber jetzt brauche ich ganz dringend eine Hilfe, weil sonst gehe ich jetzt gleich drauf. Alter, die... Was soll ich tun? Oh mein Gott, ich kann nicht mehr laufen. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich bin entkommen. Nicht heulen, alles gut. Ich habe Pistole-Munition. Gut, dann kommt man jetzt wieder her. Jetzt fick ich euch. Oh Mann, das viele. Ah, da würde ich mich nicht drauf verlassen. Ich habe mir eine ganze Munition auf die verschossen. Fuck, ich habe keine Munition mehr. Das hast du mir schon gesagt. Ja, das war das, was ich dir gerade sagen wollte. Was ist das für eine Range die haben, ey? Wo bist denn du jetzt? Kommst du bald mal? Töte sie. Ja, ich töte sie. Vielleicht erst mal zu Hause wieder laufen. Oh, nein. Junge, was hat mich denn da noch betroffen? Oh. Alter. Es wird immer dunkler. Ich sehe schon das Licht kommen. Ich werde jetzt sterben. Okay. Scheiße, scheiße, scheiße sind das viele. Oh. Oh mein Gott, ich habe drei Leben. Oh, wo ist das? Oh, wo ist das? Äh. Wofür ist denn diese Scheiße hier? Ich habe Munition, kann sie aber nicht benutzen, weil ich nicht weiß, für welche Waffe sie ist. So ich... Äh, das ist 9mm round steel. Nein, ist sie aber nicht. Eigentlich müsste die für die 9mm sein. Ja, da hast du recht, das sollte sie wohl. Äh, sollte sie aber. So, hilf mir jetzt den Scheiß Schrank hier zu zerlegen. Für die Axt, oder was? Oh, hast du einen Stein? Nein. Ich hatte gerade einen, aber der musste ich benutzen, um meine eigene Angst zu erwerben. Geh einfach raus und hol den Stein. Okay, diesen Waffen schon zerlegen wir jetzt noch und dann machen wir noch einen Rückweg und dann sind die 30 Minuten auch fast schon voll. Immerhin habe ich jetzt genug Ausdauer, dass ich dauerhaft rausschlagen kann. Oh, bis du da bist, habe ich das Ding schon zerteilt. Oh man, ich kriege auch einfach keinen Stein dabei raus. So, hier liegt einer. Jetzt. Okay. Ja, man kann den Stein auch einfach kaputt schlagen. Das geht auch. Hat trotzdem funktioniert. Ich habe trotzdem einen Stein rausbekommen. Oh man, ich kann nicht mehr sprinten. Warum ist die Ausdauer denn so gering? Das ist richtig scheiße. Die geht auch nicht höher als 25%. Jetzt habe ich keinen Stein mehr. Sag mir bitte, du hast mehr als einen Stein mitgebracht. Gut. Äh, ich habe mehr als einen Stein mitgebracht. Du hast nicht mehr als einen Stein, oder? Spaß. Ach, ich kann gar nichts mehr reparieren. Ich kann jetzt kein Holz mehr abbauen. Äh, keinen Stein. Äh, such dir einfach einen Stein. Oh, da habe ich schon einen gefunden. Denk dran, diese Waffenkiste gehört mir. Da bestehe ich drauf. Schön für dich. Okay. 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 Bye. Okay. Oh, meine Axt ist im Arsch. Wie er mit der Faust drauf bockt. Das macht ja gar nix. Es macht immerhin genau einen Schadenspunkt. Es macht einen Schadenspunkt. Ich glaube, das reicht. Oh, ja. Ja, eine neue Pistole, Munition und 249 Dollar. Wie viel Munition war drin? Nein. Alles klar. Hast du für mich auch noch welche? Aber dafür bekommst du die nächste Waffenkiste wieder. Wir teilen uns die Waffenkisten hier immer auf. So, was los? Das Haus ist dann soweit fertig. Wollen wir dann uns auf den Rückweg begeben? Wir können ja hier noch die Wohnrausentwicklung mitnehmen. Das muss ich anfangs gedacht haben. Hier ist tatsächlich noch was. Man sieht sich selbst auch im Spiegelbild nicht. Ich schon. Warte ich auch nicht, aber auch wenn es keinen Sinn machen würde. Das sind ja kein Vampir oder so. Oh. Was ist jetzt los? Ja. Ich möchte meine neu gewonnen Munition aber nicht daran verschwenden. Da sind ein paar Zombies. Wo bist denn du? Und die Zombies? Ich stehe hier. Ja, aber wo sind die Zombies? LOL. Ich stehe hier? LOL, da knallt jemand mit Silvest. LOL, da knallt jemand mit Raketen draußen rum. LOL, da knallt jemand mit Raketen. Was? Was ist passiert? Vorsicht. Ja, ich seh... Junge, ich seh grad... Ich seh grad von meinem Fenster, die Raketen steigen. Ähm. Wir haben heute... Alles klar. Den 19.1. Und draußen knallt jemand. LOL, alles klar, Digga. LOL, alles klar, Digga. LOL, alles klar, Digga. Oh, ich hab mir nen Fehler gemacht. Ich bin... Ich hab beim Bett gewählt. Äh... Ja, hier in 7 Days to Die scheint grad auch jemand knallen zu wollen, denn... Alter, wie sie Raketen steigen lassen gerade. Zombie ist hier grad nicht aufgelungen. Geil. Kommt, macht mal bitte weiter. Die haben... Warum haben sie jetzt aufgehört? Ich möchte es weiter angucken. Dann hab ich... Dann hab ich wenigstens ne Beschäftigung während ich zu dir laufe. Äh, Hilfe. Hä? Hä? Haben die irgendwie verpasst, dass Silvester schon längst vorbei ist oder so? Ach du Scheiße. Oh, schade. Jetzt haben sie aufgehört zu knallen. Ahem. Ahem. Wolltest du Hilfe? Ja. Ahem. 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 Ein bisschen. Ahem. 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 Wow das24-%2. Alter warum kann ich mich nicht mehr bewegen? Geh dich weg. Hilfe. Ich hasse das. Es ist genau wie in CSGO. Du wirst einmal angeschlankt und dann bist du einfach aus unterm Grund langsamer. Alter. Alter, ich gehe drauf. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Vier Leben habe ich. Weil ich dachte, ich verblute. Aber ich habe noch vier Leben. Was eine gute Idee von dir, die Wohnwarnsiedlung mitzunehmen. Respekt. Ja. Ich finde auch, das war eine sehr gute Idee. Hat sich auch sehr gelohnt. Warte mal, kriege ich Leder, wenn ich die Couch jetzt haue? Nein, ich kriege Stofffetzen. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Ich bin schon wieder gestorben. Einfach so. Aus dem Nichts. Oh, oder so. Ah, aber cool. Sie knallen jetzt weiter. Geil. Ich habe Munition gefunden. Ich habe Munition für das Jagdgewehr 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 gefunden. Vielleicht trinken wir mal zusammen auf der Terrasse. Vielleicht trinken wir mal zusammen auf der Terrasse. Wir haben Bier. Oh, ich glaube. Scheiße, die sind weiter nach hinten gegangen mit den Raketen. Ich bin schon mal so gut. Hilfe. 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 Oh, Mann, ey. Ja. Okay, die Rucksäcke holen und dann wieder zurück. Alter. Und dann Ende. Hä? Sind das irgendwelche Jugendlichen am UKsee oder was? Du wohnst doch in Röpersdorf und das Wasser schallt doch. Also. Hörst du was? Du hörst es bei mir, aber du hörst es nicht selbst. Ich hör es bei dir, ja. Das ist eigentlich laut genug, als dass das scheinen müsste. Nee, weiß ich Gott nicht, ne. Wie es brennt? Bei uns brennt es irgendwie. Ach nee, das ist nur ein Fass, okay. Ich dachte gerade, du meinst im Grunde. Das Fass brennt bei uns. Bei uns brennt es gerade irgendwie. Hä? Was? Und dann spielst du weiter Seven Days to Die? Alles für die Aufnahme. Och, jetzt haben sie wieder aufgehört, die Racken. Alles für die Aufnahme. Okay, Rucksack geholt. Dann geht jetzt mal ab nach Hause. Das bist nicht du, sondern ein Fettsack. Okay, naja, eigentlich das Gleiche, aber... Also eigentlich ist es leicht zu verwechseln, aber, ne, vergiss es einfach. Vergiss es einfach. Wie du, wie du erstmal den Karsten Stahl Modus hier anmachst. Du wolltest kämpfen, ja? Tschüss. Wechsel. Hey. Freundchen. Komm her. Alter, warum willst du so schnell? Hä, was denn? Los, pack deinen Rucksack und hau ab, die kommen. Alter, warum bin ich so fucking langsam? Ich tippe auf überladen. Sogar ganz schön krass überladen. Ja. Was ist das? Lass mich nicht zurück. Ich glaube, der Zombie, der hinter mir herrennt, ist schneller als ich. Hurensohn. Rette dich selbst. Ja. Leute, ich suche mir einen neuen Aufnahmepartner, also wer Bock hat, schreibt mich an, du könntest sagen, wenn du da nicht gehen. Nochmal ein bisschen Holzfarben bei Gelegenheit. Alter, wir haben uns doch recht, das größte Haus in der ganzen Stadt. Was ist das denn? Das größte Haus in der ganzen Stadt ausgesucht, kann das sein? LOL. Was denn? Hä, wo gefunden? Nice. Guck mal, was ich gefunden habe. Welche Tasche? Die lag hier in der Tasche, da. LOL. Hier. Kann man auch mal machen. Alles klar. Da war sogar Munizio drin. Ja, meine sind beide zur Hälfte kaputt. Trippst dich gut, meine andere war nämlich kaputt. Alter, bin ich ein fetter Kid. Lauf doch einfach, Junge. Lauf, lauf, lauf. Okay. Komm her zum Kamin. Wir machen immer vor dem Kamin Schluss und der Kamin ist bei uns hier unten. Warte mal, ist das überhaupt unser Haus? Ja, ne? Ja. Das ist sogar dein Kamin. Ja, ja. Aber warte, nee. Ja doch, okay. Machen wir jetzt einfach Schluss. Die Sachen kann ich dann auch im nächsten Part einfach wegbringen. Also ich nehme die Couch und du den Sessel, genau. Das ist korrekt. Also dann, danke fürs Einschalten, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.